Assassin's Creed Brotherhood Leonardo da oben, weil ich möchte gerne den Rest hier noch erfinden oder eine neue Erfindung von dem holen. Wenn es mir dann gelingt, hier irgendwo hochzuklettern. Weil ich meine, wir können ja über das Menü praktisch das Ganze nochmal wiederholen, aber alleine, dass ich jetzt wieder mir hier jetzt einen extra Aufwand machen muss, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so ein. Was wieder mal daran liegt, dass ich mich an der Taste verdrückt habe, wie bei dem einen Fifa-Part, den ich nachholen musste. Leute, ihr glaubt nicht, wie mich das ankotzt. Naja, da kann ich dementsprechend jetzt leider nichts machen und nichts anderes machen zumindest. Ich gehe mal geschwind zur Bank. Bevor das L hier nochmal verschwindet. Ich meine, der muss ja hier in der Nähe sein, der gute Mann. Und dann wiederhole ich halt jetzt nochmal die komplette Mission. Das soll mir jetzt eigentlich auch scheißegal sein. Brauchst du neue Erfindungen? Ja. Bin. Ich bin bald wieder da. Und vielleicht mal eine neue, bessere Aufnahmefunktion. So, jetzt haben wir hier die Klettersprung-Handschuhe. Damit können wir jetzt praktisch das machen, was wir davor eigentlich hätten machen können bei diesem blöden Romulus Grab. Also cheaten. Damit ist man nichts mehr außer Reichweite. Ja, und die letzte Erfindung kann ich vergessen. Naja, Klettersprung ist eigentlich noch das Wichtigste. So, ich mache das jetzt mal wie folgt. Okay, so mache ich das eigentlich nicht oder beziehungsweise jetzt schauen wir nochmal nach, wo das L hier ist. Das L ist nirgends. Ja gut, der wird schon wieder irgendwo auftauchen. Aber jetzt müssen wir natürlich mal wieder jetzt hier in die DNA reingehen. In die scheiß DNA. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben noch nichts. Keine Orte, Kriegsmaschinen, Borgia-Türme, Templer-Agenten, Christina, Attentats. Ja, das haben wir alles nicht gemacht. Gilden Herausforderungen, zusätzliche Erinnerungen, Aussichtspunkt, Borgia-Banner, Borgia-Banner, Federn, Schätze. Nein, dann ist es wahrscheinlich versteckte Orte. Ach so, wir haben ein Versteck von Romulus mit 100% gelöst. Sechste Tag, Leitwolf. Ja, genau das müssen wir wiederholen. Ja, dann, das heißt wahrscheinlich, dass wir dann die jeweilige Erfahrung nicht bekommen. Ich hoffe, dass wir das ganz schnell durchziehen, weil die geht jetzt eher ein bisschen schneller. So, Déjà-vu. Wir haben eine Ubisoft-Aktion, wenn es anscheinend, weil wir jetzt eine Sequenz wiederholen, ganz toll. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bin. Die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Das ist doch alles Renus-Suppplot. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal mit den 10 Quadraten. Ich hoffe nur, dass ich das Ganze nicht nochmal wiederholen muss. So was sagt man nicht, meine Freunde. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass man die Mission so wiederholen kann. Bei Assassin's Creed, oder nee, bei Final Fantasy hätte ich jetzt nicht die Möglichkeit. Wobei, hätte ich schon, aber da ist es wieder so wegen dem Speichern. Und ich habe gleich drei komplette Schäden kassiert. Das sieht man wieder sehr schlecht aus hier für uns. Nee, für euch habe ich leider keine Zeit. Okay, wir haben jetzt schon fünf von unseren tollen Quadraten hier verloren. Das sieht man wieder sehr gut für uns alle aus. Tja, toll aus dem Auge verlieren. Hier kann man theoretisch so lange abhängen, wie man will, und man wird nicht desynchronisiert. Das kann ich jetzt mal nur so aus Bestätigung sagen. So, wartet doch! Hilf dir selbst! Spielt jetzt auch nichts Großartiges zur Rolle. Schaut euch diese eben nicht. Schaut euch doch einfach mal diese nichts Könner da mal an. So ein Mist. Okay, ist dann doch nicht so cool. Ja, ich besiege euch ja schon. Ich gebe jetzt meine volles Synchronisation mal wieder auf. So schnell ist es um die mal wieder geschehen, Leute. Das ist ja unfassbar. Das hätte ich jetzt beim besten Willen nicht geglaubt. Ich meine, was ich persönlich gut fand, das muss ich jetzt auch mal so eingestehen, dass ich euch das noch gezeigt habe mit dem Eingang. Weil sonst hätte ich ein echtes Problem gehabt, wie ich das visuell darstellen soll. Hätte ich wieder direkt hingehen müssen. So muss ich nur den Scheiß-Level wiederholen. Ist ja eine relativ schnelle Sache, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, dankeschön. Für nichts. Jetzt wird es genauso weit, wie wir schon davor waren. So, 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 so. So hat man sich das Ganze... Ach, Vorsicht, bevor ich ja noch mal runterfalle, ist es jetzt richtig aufgeregt. Das bitte nicht. Ich habe generell jetzt noch vier Parts aufzunehmen. Weil ich ja plane morgen Komplettsequenz Ding durchzumachen. Ach, so, man kann sich hier also doch rumhangeln. Komplettsequenz 8 durchzumachen und dann mit Sequenz 9 am Sonntag zu enden, damit wir dann diesbezüglich fertig sind und ich Assassin's Creed Revelations in die Mache schicken kann. Dieser Level ist voll scheiße konzipiert. Also, das möchte ich einfach mal so öffentlich raushauen. So als Meinung. Es ist so furchtbar. Ja, desynchronisiert mich doch. Meine Güte, hier steht ja alle am Abgrund. Ihr könnt alle nix. Sehr gut. Also nicht, dass ihr mich verliert. Verlasst mich nicht. So, wie ging es jetzt noch mal zum Verstecker? So, dann nach oben klettern. Aber wie gesagt, mit diesen unterentwickelten Lebewesen möchte ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Ich glaube, wir müssen die Rüstung gar nicht reparieren, weil wir das ja eh nur als Wiederholung machen. Dein Ende nach, dass das Szene Besetzt ist Romulus, tötet ihn. Toll, die töten sich bleibt selbst. Okay, jetzt wachsen wir mal zur richtigen Waffe. Und die nächsten. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Gebt mir das Schiffrierblatt. Das ist etwas schwieriger. Ich gebe dir nur eins, den Tod. Achso, das war... Ah, pah, was sag ich da? Das ist etwas schwieriger. Das ist eben nicht. Das habe ich im One-Strike getötet, weil er mich nicht bemerkt hat. So, da kommen wir leider. Oder nicht dran. Okay, wir könnten theoretisch herankommen. Ich bin diesbezüglich einfach zu faul. So. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber man findet schon den Weg. Ihr müsst da jetzt theoretisch hochklettern. Springt da rüber. Springt da nochmal rüber. Der hebt sich dann hier fest. Geht dann da nach oben. Oder hangelt euch da halt rum. Dann macht den seitlichen Sprung. Geht da hoch. Öffnet die scheiß Tür. Kriege ich Geld? Nein, kriege ich nicht. Ich kriege hier so einen verdammten Anhänger. Und wir kehren nach oben zurück. So, ich hoffe, dass ich diese verdammte Mission jetzt nie wieder machen muss. Das ist jetzt die einzige Mission, die ich jetzt hier zweimal gemacht habe. Und der Pate ist dann auch gleich zu Ende. Hoffe ich dementsprechend, dass ich ihn richtig abspeichere. Weil ich habe keinen Bock, das Doppelton 3-fach und 4-fach und 5-fach und 6-fach und 7-fach und 18-fach zu wiederholen. Es soll jetzt endlich mal enden hier. So, dankeschön. Jetzt begeben wir uns auf den Weg. Oder suchen mal nach dem letzten Romulus Grab, wenn es das schon gibt. Das sieht nicht danach aus. Umso 63% wieder aufgebaut. Ja, da können wir stolz drauf sein. Aber wir machen halt kaum Nebenmissionen. Und, ähm... Das L, nicht von Luigi, sondern von Dingenskirchen. Ist auch nirgends zu sehen. Das heißt, es geht als nächstes weiter mit der Story. Wer hätte es gedacht? So. Wir müssen aber jetzt wieder einen ganzen weiten Weg laufen. Und ich würde sagen, ich bände den Part. Bis zum nächsten Mal. Schau, haltet ihr und steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.